Hallo liebe Freunde jetzt ist es soweit wir haben was Neues zu verkünden und zwar wir werden einen Live Kochkurs übers Internet mit euch zusammen machen wir haben eine Plattform die gibt Zoom der eine oder andere kennt das bestimmt wir werden verschiedene Kameras hier in der Küche installieren wir werden einen großen Fernseher hier installieren wo ich euch alle sehen kann ihr seid dann über euer iPad über euer Laptop oder über euer Smartphone zugeschaltet es gibt eine Chatfunktion ihr könnt Fragen stellen also wir freuen uns mega darauf und das ganze findet statt am 12.12. um 17 Uhr 12. Dezember um 17 Uhr starten wir ja wir werden so eine kleine Vorbesprechung haben der ein oder andere hat vielleicht noch technische Probleme wir haben einen Mann dafür der sich auch darum kümmert ja also wir wollen dass ihr alle dabei sein könnt so jetzt zudem was kochen wir denn wir haben uns ein Dreigang Menü überlegt als Vorspeise gibt es ein Tatar vom Lachs vom Böhmlöl Lachs eine ganz besondere Qualität mit Limoncreme fraiche und Feldsalat mit Kartoffelspeckdressing dann im Hauptgang machen wir ein Filet vom Kalb was mit Spinat gefüllt ist mit Rosenkohl Blätter und Sellerie Püree und dazu gibt es eine schöne Portweinschalotten Jus als Dessert gibt es ein medium gebackenes Schokoladenkuchen mit Spekulatio Sabayone und Gewürzorangen ja so das werden wir zusammen kochen jetzt wie funktioniert das ihr bekommt von uns ein Paket mit den wichtigsten Zutaten die ganz entscheidend sind also zum Beispiel den Lachs kriegt ihr in der Vorspeise dazu dann für den Feldsalat einen Fond dass ihr den schön machen könnt im Hauptgang bekommt ihr das Kalb und die Grundjue geschickt also die Portweinschalotten und so das macht ihr dann selber das erklären wir euch wie und beim Dessert bekommt ihr die Förmchen für den Schokoladenkuchen die das Gewürz für die Spekulatio Sabayone und das Gewürz für die Gewürzorangen ja da bekommt ihr ein Paket von uns zugeschickt wir werden es so Dienstag losschicken vor dem 12.12. dass ihr auf jeden Fall das alle habt dazu bekommt ihr noch eine Einkaufsliste was ihr noch alles einkaufen müsst für den Abend und ihr bekommt eine Liste mit Sachen die eure Küche sowieso hergeben sollte wenn das ein oder andere fehlt vielleicht kann man sich anders behelfen oder ihr leiht irgendwo was aus beim Nachbarn oder ihr kauft es euch einfach weil ihr es in Zukunft öfters gebrauchen könnt wie zum Beispiel ein schönes Fleisch Thermometer ja also Ablauf ihr bekommt von uns ein Paket mit den wichtigsten Grundzutaten ihr bekommt eine Einkaufsliste und eine Materialliste was ihr braucht und natürlich iPad Laptop oder iPhone oder oder natürlich auch Samsung Galaxy was es alles für Tablets gibt Hauptsache ihr könnt ins Internet schaut das das ihr auch irgendwo in der Küche vielleicht den WLAN Router ein bisschen zurecht drückt das ihr auch ordentlich Empfang habt ja so das war es im Ganzen ihr könnt auch alles nochmal nachlesen auch wenn ihr euch dafür entscheidet was ihr alles kaufen müsst die Liste da steht alles nochmal auf der Seite wo ihr drauf klicken könnt alles nochmal schön aufgelistet ich freue mich drauf es wird bestimmt ein grandioser Abend und wenn alles gut läuft sehen wir uns am 12.12 bis dann macht's gut ciao